ja kein problem ich konnte dann nachts auch noch mal aus dem bett raus er hat sich dann trotzdem aufgeladen aber als ich dann wieder raus vor die tür bin um die ausdauer zu benutzen hat er ist er dann umgefallen so ich habe trotzdem keine ahnung was jetzt am besten machen soll das so lol also ich da hat jemand mich eingesammelt und scheinbar habe ich geld verloren oder was was ist denn das so ein kack ich denke wir leben hier in einem friedlichen dorf der wird vom staat finanziert so was jetzt beim magier eigentlich und hast du da nicht eine folge quest gekriegt zu diesen kindern zu gehen oder was das war zu diesen kleinen gremlins so die eine blume die ich gesammelt habe die hatten sternchen symbol goldene soll ich dir jemanden geben oder einfach verkaufen wo wolltest du etwas ich habe dir die goldene blume gegeben frauen kann man aber auch nicht zufrieden stellen lachsbeeren so will ich hier nochmal reinschauen ach das sah das ich erinnere mich oh was ist das auch ein rotes holz diese art von blumen hier ist ein stern wenn man wahrscheinlich all diese dinger dann erfüllt na gut gut so 25 Energie, aber unsere Leiste ist glaube ich irgendwas bei 500, also 25 bringt ja nicht so viel. 15, ich dachte wir waren schon tiefer. Wie viel hält der aus? Ich dachte das sind irgendwelche coolen Steine. Ah, das Gemeinschaftszentrum sieht man noch von hier, okay. Lol, und wer bist du? So. So, die Ausgänge waren entweder unter Stein oder unter Gras. Da. Aber das Gras brauche ich doch glaube ich nicht, dann nehme ich doch lieber das mit. Oh, ein Amethyst war es sogar. Ach, die verwandeln sich. Das ist ja witzig. Hab ich das vorher gewusst? Dann wäre ich ein bisschen aggressiver. Lol, der hat mir eine Treppe hinterlassen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Lol, der auch. So, hau ich irgendwas weg, das Schleim für Kupfer, denn Kupfer ist bestimmt wertvoll. Nein. Die Gegner kommen sofort wieder. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich direkt tiefer gegangen. Oh, da ist auch wieder ein Item. Kann ich aber nicht kaputt machen. Hm. Oh, es wird spät. Aber ich hätte gerne wenigstens die nächste Stufe von dem Fahrstuhl freigeschaltet. Da gibt es also dieses Holz, was wir brauchen. Ey, ich will das Essen... Das ist doch behindert, warum will er das jetzt wegschmeißen? Das geht nicht kaputt. Das geht auch nicht kaputt. Was ist da los? Da war noch ein Aethyst... Achso, das war das falsche Item. Die sehen sich aber auch zu ähnlich. Da kommt normales raus. Das ist so doof, dass sie durch die Wand durchfliegen kann. Hau ab! Das ist ein riesengroßer Gang gerade. Oh, irgendwas ist da in der Mitte. Oh, komm! Das ist ein riesengroßer Gang. Das ist ein riesengroßer. Das ist ein riesengroßer Gang. 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 Ich hätte echt erwartet, dass es jetzt hier runter geht. Das ist ein riesengroßer Gang. Da ist es! Uh, eine Kiste! Stahl, Kurzschwert 4 bis 8, Geschwindigkeit 2. 4 bis 8, das ist besser als meins. Dann hau ich das Dings gleich raus. So, und schnell nach Haus. Was leuchtet eigentlich gerade mein Hut oder was? Ja, ja, ich bin schon auf dem Rückweg. Ich bin schon auf dem Rückweg. Hä? Wie kommst du jetzt darauf? Ich hab nicht drauf geachtet. Es war nicht viel, was ich vorhin verloren habe. Treppen bekommen, Spitzhackeneffektivität 1. Ich hab Mine bis Ebene 20 jetzt freigeschaltet. Kupfererz und dieses andere Haus habe ich bekommen. Äh, nicht Haus, ähm. Dieses andere, was wollte ich sagen? Holz. Kekse von Mama. Ich hab Dings bekommen in der Mine. Ähm. Topaz und Amethyst. Verkauft man die oder braucht man die später noch? Mausoleum? Wieso das? Weil man glaubt. Ich dachte, es ist auch nicht so genau. Aber geht es nicht. Ja. Mhm. Okay. Ne, dann lass ich sie mal drinnen noch. Oh, cool. Oh, cool. Es gibt eine neue Quest. Was gibt's denn? Lauch bringen. 180 Gold bei Lieferungen. Das kann man doch bestimmt, äh, kaufen. Wenn man nur wüsste, wer Larry ist. Ich merke mir das nicht. Quatschst du dann jeden an, den jetzt unterwegs immer mal triffst? Oh, irgendwas passiert, wenn ich jetzt hier reingehe. Aha, da kommt jemand. Morris. 50% Rabattgutscheine werden hier verschickt. Für den Yaya-Markt krieg ich auch eins. Weiß nicht, sieht immer aus wie ein A, finde ich. Verdammt, jetzt brauche ich auch hier. Jo, ja. Vor allem der Leucht, als ob jemand in seine Stiefel geschissen hat. Oh, ich habe irgendwas im Inventar. Passt die Nackensaat, warum das? Ah, ich glaube, beim Reingehen habe ich drauf gedrückt. Mist. Was wollte ich hier eigentlich? Ach ja, Dünger können wir jetzt kaufen. 30.000 für den Katalog, lol. Ich werde eigentlich Lauch kaufen. Wo soll ich denn sonst Lauch herkriegen? Aber den gibt es doch bestimmt auch irgendwo zu kaufen. Oh, die Steuerung. Da rechts ist der Yaya-Markt. Dann gucke ich mal zum Yaya-Markt. Ja, aber vielleicht hat der Yaya Lauch. Ja. Achso, man konnte ja eine Mitgliedschaft da machen. Stimmt, was die Nackensaat. Habe ich für 20 drüben gekauft und hier kostet es 25. Aber es ist lustig, weil bei der Cutscene eben hieß es Rabatt und er würde alles günstiger anbieten. Aber vielleicht mit dem 50% Rabatt ist es ja günstiger. So, wenn ich hier bin, kann ich eigentlich mal zum Schmied gucken. Ich hoffe, ich komme von hier ran. Ja, ist das nicht freigeschaltet für dich? Ja. Sehr gut. Die habe ich gerade geholt. Als du... Ja, ich auch deswegen. Aber unseres konnte ich leider nicht verkaufen. So, wo soll denn der Typ sein, der mir meine Links upgradet? Ne, diese Küche baut. Achso, die ist ganz hoch. Du weißt, wo die Hüte ist. Ach, die Schreinerei dann daneben wahrscheinlich. Schreinerei? Ich glaube, es heißt Schreinerei, was ja auch Sinn macht, weil sie eine Schreinerei Holz verarbeitet. Ja, Schreinerei. 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 Bye. Moro. Masch. Na, los. Nichts. La. core. Just wie wie schrein тобrol. Hier so 20-1. Ta. 哪. La, 33. Sau 1. Chreinerei. der schwarze der da steht sieht so ein bisschen aus ob er von der klippe pinkelt bin ich jetzt schon hier schreiner laden habe jetzt aber nichts gesehen wo man was kaufen kann oder mit jemand sprechen kann stand da stand noch keiner da die schweine machen pause und er ist hier oben am zocken du bist nicht mit sebastian befreundet um sein schlafzimmer zu betreten na toll aber ich habe lauch gefunden warte mal und wer wollte den haben kann mir jemand lauch bringen 180 gold bei lieferung ach so zwei tage bring abigail lauch tja wenn ich jetzt noch wüsste wo abigail wohnt warte mal steht sogar dauert zu hause von abigail in der stadt bei dem hahn bei dem laden glaube ich okay das ist wenigstens cool dass das irgendwo steht bei sowas hätte ich mir niemals werken können wo es ist sogar ein silberner lauch das ist auch ein silberner lauchttender zu hause von pierre caroline ok die npcs stehen einem im weg die haben eine kirche hier mit drin ist für ein riesen haus die haben okay aber keine abigail hier die enden vor allem wir können dort aus durcheinander hindurch laufen was gut ist aber die npcs blockieren einen komplett wenn du aus der mine kommst kannst du bei dem schreiner laden noch mal reingucken weil er hatte bei mir irgendwie an 9 bis 17 ok dann ist jetzt auch zu spät so muss das kind nicht mal nach hause etwas kasse wurde es gerade erst bekommen hast was ein random drop oder was hier ist richtig schnell so ist es nach acht schon ja neun fast 25 sehr gut und noch keine abigail da schade da ist abigail ich kann die quest aber nicht abgeben ok ich musste sie in die hand nehmen ich wollte da eigentlich eine pause machen jetzt geht die folge schon 26 minuten so ich packe noch schnell die pastinakensamen irgendwo rein ein stück nur ok die kekse bringen aber 90 energie sind gar nicht schlecht ich habe null ausdauer verbraucht ich kann gleich wenigstens den einen baum noch fällen damit ich irgendwas gemacht habe heute ich kann mich einfach runter scheisse wie gelanèle k k k k Vielen Dank.